FIFA 17 Rating Prediction 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Kota, Metal Corp Max Gaming TV Mein Merchandise gibt es da und meine Social Media Links, Instagram, Twitter und Facebook Genauso wie Link zu OneFootball, der App für die neuesten News um den Weltfußball und natürlich auch Live-Scores So, wir starten durch mit der ersten Karte für diese Episode Und das ist tatsächlich ein Spieler von Hannover 96 und zwar Waldemar Anton Der Deutsch-Russe, der ja unter anderem auch im U21-Kader für die EM in, oh Gott, Polen, ja Polen, ja Polen steht Und ja, eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat in der zweiten Liga unter Stendl ja das erste Mal so richtig aufgeblüht bei Hannover 96 Und hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt, die halt eben auch belohnt wurde Dementsprechend ein deutliches Upgrade von 64 auf 70 Hat den Head-to-Head momentan 69, ich könnte mir sogar 71 vorstellen oder 72 für ihn Einfach, weil er wirklich sehr, sehr gut spielt, aber er ist deutlich underestimated und unterschätzt Das sieht man auch an seinen Stats in FIBA momentan Allein, dass der 51 Tempo, das ist ein absoluter Scherz, der ist sowas von viel schneller Der kann nicht umsonst aus Sechser und Rechtsverteidiger spielen 64 Tempo mindestens, 60 Dribbling, 60 Passen, 50 Shooting Wie gesagt, er kann auch Sechser, der ist auch gut, was das Schießen angeht Der hat auch ein gutes Passspiel, das passt alles an zu 72 Defending, 71 Füßes Sieht stark aus, finde ich, gefällt mir gut Und ich denke mal, der wird auch für den Karrieremodus ganz interessant sein Ist ja noch jung und ja, ich freue mich auf Anton nächstes Jahr Nicht nur in FIFA, sondern auch in der Realität Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade die 96-Fan von euch dürften genauso viel Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare So, wir kommen zur nächsten Karte und das ist dann ein nächster Transfer in der Bundesliga Nachdem wir jetzt gerade über einen Spieler geredet haben, der bei UN20M spielt Haben wir einen, der, glaube ich, theoretisch auch noch spielen dürfte Ich weiß aber gar nicht, ob das tut Und zwar, weil halt eben auch der Convert Cup ist Es handelt sich um Brümer, beziehungsweise Brümer, beziehungsweise Brü... 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 Von Galatasaray, gewechselt zur RB Leipzig Die haben sich den Portugiesen ja gesichert für eine ordentliche Stange Geld Allerdings ist die große Frage, warum? Naja, ganz einfach, der hat in der Super League eine unglaublich gute Saison gespielt Er hat sich sehr stark entwickelt in den letzten Jahren Und jetzt dementsprechend den nächsten Schritt gemacht Und geht zu Leipzig, wird Champions League spielen für die RB Leipzig Und ich bin gespannt, wie das werden wird Plus 0 Tempo, 1 Dribbling, 2 Shooting, 13 passen... äh, 3 passen, Entschuldigung 1 Defending und 2 Physis Sieht stark aus 81er Rating, also plus 1 im Vergleich zur aktuellen Karte Hat im Winter ein plus 3 Upgrade bekommen von 77 auf 80 Ist in Ordnung Und ich denke mal, durch den großen Wechsel mit den großen Summen, die da für ihn geflossen sind Dürften wir auch noch ein kleines Upgrade auf 81 sehen Auch wenn RB natürlich nicht so hoch bewertet werden wird wie Bayern oder so Auch wenn sie Zweiter geworden sind oder wie Dortmund oder wie Schalke oder sowas Einfach weil sie nicht so den riesigen Namen haben Bisher und noch nicht so etabliert sind in der Bundesliga Denke ich trotzdem, dass man das machen kann Und ja, dann sieht nach einer sehr coolen Karte aus Auch für die Bundesliga, für die linke Seite Schreibt mir auch mal in die Kommentare Und wir kommen zur nächsten Karte Und auch die spielt auf der linken Seite Ich habe gerade im Thumbnail gesehen Es geht um Philippe Coutinho von FC Liverpool Bei dem bleibe ich beim gleichen Rating 86 Allerdings mit ein bisschen angepassten Stats Ich finde eine 87 übertrieben Zumal er auf dem Flügel spielt Und ich finde seine Stärken kann er eigentlich mehr in der Mitte aussperrt Also ich finde zumindest in der Mitte Ist Coutinho ein bisschen besser als auf der Außenbahn Zumindest in FIFA In Realität ist das eine gewisse andere Geschichte 85 Tempo, 90 Dribbling 78 Shooting, 84 passen 65 Physis Also vor allem plus 2 Pace und Dribbling sollten drin sein Coutinho ist einer der besten Dribbler, die es überhaupt gibt Und deutlich schneller als 83 in meinen Augen Dementsprechend dieses Upgrade Ja, wie gesagt, man könnte auch 87 verlangen Ich sehe es persönlich halt nicht Auch wenn wir ja nach einem Spielvergleich in der Premier League Die halt auch irgendwie bewertet werden müssen Ich sehe ihn jetzt persönlich nicht deutlich stärker als Eriksen Eriksen sollte nächstes Jahr auch um die 86 bekommen Das passt dann ganz gut Aber ja, mehr auch nicht Er ist natürlich auch so ein bisschen ein Coverstar Beziehungsweise ein Aushängeschild in Brasilien Einfach weil er in der Premier League spielt Und vielleicht der stärkste Spieler in der Premier League ist aus Brasilien Aber nichtsdestotrotz Also weiß ich nicht Schreibt es mir in die Kommentare Meine Predigtion auf jeden Fall 86 Und linker Flügelspieler Müsste aber auch so einigermaßen hinkommen Wir kommen zum ersten Downgrade Und zum letzten Downgrade für diese Episode Und zwar Bastian Schweinsteiger Chicago Fire plus hier Tempo Minus ein Shooting Das war's Der Overall ein runter auf 81 Muss nicht zwingend sein Könnte ich mir aber theoretisch vorstellen Einfach weil er halt zu einem kleinen Verein gewechselt ist Und weil er bereits in der Winterpause Bei dem Winter Ab und Downgrades Ein Downgrade bekommen hat Von seiner eigentlichen Karte Bei Manchester United An sich hat er in der MLS Bisher sehr sehr gut gespielt Hat jetzt nicht Oh warum habe ich eigentlich Minus ein Shooting Plus ein Shooting sogar Ne Minus ein Das ist natürlich Ich bin bescheuert Ja er hat ganz gut gespielt Bisher in der MLS Kann man nichts gegen sagen Ich finde auch wie gesagt Er ist deutlich schneller Aber es ist halt die MLS Und auch wenn Stevie D Beispielsweise eine 84 hatte Bei Los Angeles Ich weiß nicht Ob man das mit Schweinsteiger Auszumachen wird Also 81 Ist fast schon zu nie Weil es halt so eine Legende ist Aber er lebt halt auch Von seinem Namen Und von diesem legendären Ich denke 81 wäre auch okay Im Vergleich zu 82 Nichts das größte Aber schreibt mir eure Meinung in die Kommentare Vielleicht seht ihr es auch Ganz anders Weil ihr zeigt hier Einfach man muss den Maßstab der Liga nehmen Jovinko hat auch 83 Pack Schweinsteiger auf 83 hoch Je nachdem Ich weiß es nicht Schreibt mir wie gesagt Eure Meinung in die Kommentare Da sind wir ja individuell Und dafür gibt es ja diese Serie Auch damit ihr mal eure Meinung In die Kommentare ballern könnt Und wir uns individuell Darüber austauschen können Ja Das habe ich in der letzten Episode Wieder mal geschrieben Es ist hier eine individuelle Meinung Ja Das ist nicht zwingend Das was passieren wird Es ist nicht zwingend Das was ihr glauben müsst Es ist einfach meine Meinung Und eure könnt ihr gerne Immer in die Kommentare ballern Dafür sind sie ja schließlich da Wir kommen zur letzten Karte Für diese Episode Und da nochmal zu einem Tollen Transfer diesen Sommer Und zwar zu André Silva Der ja zum AC Mailand Gewechselt ist von Porto Der junge Portugiese Der auch gerade beim Conflict Cup aktiv ist Hat momentan 82 Pace 77 Dribbling 74 Shooting 80 Füßes Wird denke ich mal Ein deutliches Upgrade bekommen Auf 80 um den Dreh Hat eine 78er Karte Aber auch da Genauso wie bei Bruma Der Transfer Und die Summe machen es Und dementsprechend Das 80er Rating 83 Pace 79 Dribbling 78 Shooting Von Cristiano Ronaldo Sehr sehr hoch gelobt worden In den letzten Wochen Wurde gesagt Dass der einer der größten Stürmer werden wird Für Portugal In den letzten Jahren Gut zugegebenermaßen Hatten die nicht so die Riesenstürmer Weil man denkt Dass Eder der Stürmer war Der im M-Finale Das Tor schießen musste Aber nichtsdestotrotz Ist Silva auf jeden Fall Einer der eine Zukunftsperspektive hat Und der sich bisher sehr stark Entwickelt hat bei Porto Und hoffentlich bei Milan Das gleiche machen wird Wir hatten bei Milan Einige Spiele in den letzten Jahren Die nicht so hundertprozentig Durchgestartet sind Das ist ganz klar Weil Milan halt auch teilweise Seine Struggles hatte Aber ein Lapadula Hat sich ganz gut gemacht Ein Bakker ja eigentlich auch Und ja gut Ein Luis Adrianus Ein Negativbeispiel Aber nichtsdestotrotz Ich glaube mit Silva wird das gut Und er wird auf jeden Fall Den Schwung Den Milan durch diese neue Finanzära mitbringt Oder mitbekommt Mitnehmen Und seine Entwicklung Hoffentlich genauso fortsetzen Wie er es bisher gemacht hat Er ist jung Er hat Potenzial Und ich hoffe das wird er ausschöpfen Und die Karte für FIFA 17 Äh für FIFA 18 Für FIFA 17 Ist ja auch schon heiß aus Für FIFA 18 Sieht sie richtig nice aus In meinen Augen Könnt ihr mir gerne auch mal Eure Meinung in die Kommentare schreiben Und dann war es das Von dieser Episode Der FIFA 18 Rating Predictions Wenn es euch gefallen hat Diese etwas schnellere Episode Beziehungsweise diese schnelle Variante Lasst auf jeden Fall mal Einen Daumen nach oben da Hättet ihr gerne Dass ich ein bisschen ausführlicher rede Oder wollt Dass sie aber so schnell Knackig und ein bisschen kürzer haben Ich bin gespannt Mache ich mal eine Infokarte hin Und dann sehen wir uns Beim nächsten Mal wieder Checkt die Links in der Beschreibung Und die Kommentare kostenlos Um nichts mehr zu verpassen Und wir sehen uns Bis dann Macht's gut Passt dabei auf Haut rein Und ciao